Mitteilung und Beteiligung des Parlaments, was die Entscheidungen bezüglich der Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie betrifft. Da die Landesregierung nicht im Voraus die Abgeordneten über den neuen Lockdown informiert hatte, findet nun auf Antrag aller Oppositionsfraktionen diese Sondersitzung des Südtiroler Landtags statt. Im Detail fordern die Antragsteller so Landtagspräsident Josef Nogler die Abhaltung eines wöchentlichen Treffens zwischen dem Landeshauptmann und den Fraktionsvorsitzenden zur Besprechung der aktuellen Corona-Lage. Vor schwerwiegenden Entscheidungen sollten die Fraktionsvorsitzenden informiert werden und die Möglichkeit zu Änderungsvorschlägen haben. Zu Beginn jeder Plenarsitzung soll auch über die Entwicklung der Pandemie informiert werden. Die Südtiroler Freiheit unterstreicht, dass es darum geht, die Rolle der Abgeordneten anzuerkennen. Diese sind nicht da, zuzuschauen, was die Landesregierung macht, sondern haben eine Kontrollfunktion, die sie ausüben müssen. Laut Team K stehen wir vor einer organisatorischen Katastrophe, die in anderen Ländern schon zum Rücktritt geführt hätte. Ein Rücktritt wäre auch die einzige logische Schlussfolgerung für Alto Adigene Cuore Fratelli d'Italia, der einzigen Fraktion, die, wie nochmals unterstrichen wurde, schon im Frühjahr gegen den Südtiroler Sonderweg gestimmt hat. Dieser, so die Fraktion der Grüne, habe sich als Bumerang erwiesen, wie der Protest der Menschen auf dem Vorplatz des Landtags zeige. Die Verordnungen der letzten Monate seien für die Bevölkerung nicht mehr nachvollziehbar. Auch für Einzian handelt es sich um einen verzweifelten Aufschrei. Die Einbeziehung des Landtages hätte es ermöglicht, besser die Pro und Kontras der einzelnen Entscheidungen abzuwägen. Für die Freiheitlichen fehlten eine Strategie gegen die Krise und ein richtiges Gesundheitshilfsprogramm. Die Demokratische Partei Bürgerlisten sprach von einem Totalversagen des Südtiroler Sonderwegs und die Fünf-Sterne-Bewegung verlangte ein Überdenken des Gesundheitswesens, das schon vor der Pandemie ineffizient war. Die Opposition hat auch auf Spaltung innerhalb der Landesregierung hingewiesen. Viele Vertreter der SVP haben die Maßnahmen der Regierung verteidigt, welche eine nie dagewesene Krise zu meistern hatte, das Gesundheitswesen schützen und die Wirtschaft unterstützen musste. Der Opposition wurde vorgeworfen, aus der Pandemie politisches Kapital schlagen zu wollen. Ähnlich auch die Meinung der Läger Salvini-Alto Adige Südtirol, die zusätzlich dem Zentralstaat die Schuld zuschrieb, dass nicht ausreichende Hilfen vorgesehen waren, während das Land immer mit Unterstützung und Vorzahlungen eingesprungen ist. Auch Alto Adige Autonomia kritisierte die Regierung in Rom stark. Die Landesregierung sprach von der Schwierigkeit, die Entscheidungen dauernd der Entwicklung der Pandemie anpassen zu müssen. Zurzeit werden täglich 10.000 Tests durchgeführt. Die Impfungen sind dreimal so viele wie im nationalen Durchschnitt. Man habe, wenn irgendwie möglich, Öffnungen zugelassen, um Bildung und Wirtschaft zu unterstützen. Dies, so Landeshauptmann Kompatscha, war der Südtiroler Sonderweg. Er sagte auch, dass die Mitarbeit der Opposition sicher geholfen hätte, die Maßnahmen besser bei der Bevölkerung zu kommunizieren und so die Unsicherheiten etwas zu schmälern. Der Antrag wurde schließlich von allen Fraktionen, auch denen der Mehrheit, unterschrieben und einstimmig angenommen.